Das ist Suri mit sechs Wochen. Wie viele andere Welpen wird sie bald Mitglied einer Familie sein. Inzwischen ist der Welpe gut drei Monate alt und in seinen neuen Heim angekommen. Bei Nadine, Alex und dem kleinen Clemens. Und die wollen jetzt alles dafür tun, dass es dem Familienneuzugang gut geht. Dann ist sie erst mal irgendwie die ganze Zeit über die Spielsachen von Clemens hergefallen und sind halt nicht zur Ruhe gekommen und wenn sie dann sich ins Bett gelegt hat und mal Ruhe brauchte, dann ist Clemens wieder hingegangen und ja also das irgendwie Niederruhe war und wir waren etwas geschockt, dass es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Damit hatten sie nicht gerechnet. Wie viele, die sich einen Hund anschaffen, treibt die Familie nun die Sorge um, wie man einen Welpen überhaupt erzieht. Ratgeber gibt es zuhauf. Der Blick in ältere Bücher verrät, in den vergangenen 100 Jahren hat sich eine Menge getan. Früher wurden Hunde mit Gewalt und Schmerz erzogen. Heute existiert eine Vielzahl von sanfteren Methoden. Je nachdem welchen Ratgeber man aufschlägt, ist eine strengere oder eine antiautoritäre Erziehung angesagt. Überhaupt, die Themen sind erstaunlich ähnlich wie bei der Kindererziehung. Für frischgebackene Hundehalter eine unüberschaubare Fülle. Viele suchen daher Hilfe bei einer Hundeschule. Während früher nur Problemhunde dort landeten, gehört sie heute zur Hundeerziehung wie die Kita fürs Kind. Ihre Anzahl hat sich in den letzten Jahren vervielfacht. Über 2000 Hundeschulen werben mit unterschiedlichsten Angeboten. Nadine und Alex haben eine Hundeschule gefunden. Ab jetzt treffen sie sich jeden Sonntag mit einem Trainer und zehn weiteren Welpenbesitzern auf dem Hundeplatz. Das häufigste, was schief läuft, ist, dass die Hunde unkontrolliert werden. Dass die Hunde einfach am Anfang bespaßt und bespielt werden, grenzenlos, relativ grenzenlos aufwachsen und damit die Menschen die Kontrolle über den Hund verlieren. Schau, dass du den Hund motivierst, bei dir zu bleiben. Dass er gar nicht erst weg möchte. Immer das oberste Gebot, ich möchte erreichen, dass der Hund nicht weg möchte, weil es bei mir toll ist. Der Hund soll nicht weg wollen, weil es bei Frauchen toll ist. Hundeerziehung mit Anleitung und Ausprobieren. Jedes Mal lerne ich wieder was Neues dazu. Und der Hund muss natürlich auch entsprechend dazulernen. Ich möchte jederzeit irgendwo hingehen können, dass er liegt, dass er kein Kind beißt, dass er sich friedlich verhält, dass ich keine Probleme habe. Momentan sind sie noch alle Welpen, dann sind sie noch alle süß, alle klein. Aber wenn irgendwann alle ausgewachsen sind und zwischen 20 und 40 Kilo die Hunde haben, sind sie nicht mehr süß. Und dann müssen sie halt gehorchen. Heißt, mit der Welpenschule alleine ist es nicht getan. Viele buchen für ihre älteren Hunde gleich den Folgekurs. Überhaupt, Hundehalter müssen ständig weiter üben. Auch für zuhause gibt es Tipps. Kind und Hund sollten erstmal Abstand bekommen. Durch Gitter. Clemens kann jetzt ungestört spielen, Suri schlafen. Und dann kommt das nächste Pflichtprogramm für Hundebesitzer. Hundeflüsterer im Fernsehen. Weltweit verfolgen Millionen zum Beispiel die Erziehungsmethoden von Cesar Milan. In seiner Sendung wird er als dominanter Hundebezwinger dargestellt. Mit starken Posen und selbstbewusster Haltung demonstriert er, dass der Mensch der Chef im Rodel sein soll. Beliebt, aber in Fachkreisen gilt das Dominanzgebaren als überholt. Dennoch tragen solche Sendungen zum Run auf Hundeschulen bei. Im Fernsehen wird halt gezeigt, dass es wichtig ist, Hundeschule zu machen. Die Leute finden das toll, was da passiert. Die sehen, da kommt jemand und erklärt kurz was und anschließend funktioniert alles. Und dann sind sie halt enttäuscht, wenn sie in die Hundeschule kommen und das nicht so funktioniert, sondern dass man selber auch einiges dazu beitragen muss. Erziehung ist nicht einfach. Auch nicht bei Hunden. Und bis Suri zu einem gut erzogenen Familienmitglied geworden ist, müssen ihre Besitzer noch einiges leisten. Moment, Moment, Moment. Ich weiß, ihr wollt zum nächsten Video, aber wie wär's mit einem von diesen beiden hier? Ich glaube, sie könnten euch interessieren. Falls euch dieser Kanal interessiert, gerne hier oben kostenlos abonnieren und wenn ihr wirklich nichts verpassen wollt, unten auf die Glocke drücken, dann kriegt ihr nämlich auch Benachrichtigungen, wenn ein neues Video kommt. Das passiert nämlich jede Woche und das war's auch schon. Ich lasse euch in Ruhe. Bis bald.